Hi Leute, willkommen auf meinem YouTube-Kanal Carpoint. Diesmal geht es um die Weihnachtsfeiertage. Ich wollte euch einfach nur frohe Weihnachten wünschen und einen guten, angenehmen Rutsch ins neue Jahr 2019 mit viel und großen Fängen bzw. Fischen, die ihr fangen werdet bzw. hoffentlich, dass wir alle Fische fangen werden. Keine Ahnung, wann es im kommenden Jahr losgeht. Sobald das Wetter mitspielt, möchte ich dann schon rausgehen, Videos drehen, natürlich Fische zeigen usw. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Jetzt haben wir ein paar Tage vor Weihnachten und jenner Februar ist es auf jeden Fall noch kalt. Wenn, dann ist die ersten warmen Sonnenstrahlen sind im März. April ist meist noch einmal eine Kältewelle. Aber im März kann man schon rechnen, dass es losgeht. Mal sehen, was das Wetter dann dazu sagt. Auf jeden Fall wünsche ich euch frohe Festtage, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in die neue Angel-Saison 2019. Und ja, verfolgt meine Webseite. Dort findet ihr alle meine Berichte, Angelberichte usw. Verfolgt auch meinen YouTube-Kanal, hier Carpoint. Da findet ihr alle Videos über meine Angel-Touren usw. Alles, was mit Angeln zu tun hat, was ich alles aufnehme, was mir wichtig erscheint, das wird in Videos festgehalten, wird auf meinem Kanal veröffentlicht und genauso auch auf meiner Webseite darüber berichtet. So, ich wünsche euch noch einmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch in die neue Angel-Saison. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Carpoint-Video.